Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich Ihnen wieder einige außergewöhnliche Orte im Harz vorstellen. Der Harz mit seinen historischen Fachwerkstätten und seiner reichhaltigen Natur bietet Ferienspaß für alle. Auf geht's! Wir starten im Harzort Hanenklee. Die besondere Sehenswürdigkeit hier ist die völlig aus Holz errichtete Gustav-Adolf-Stabkirche. Untertitelung des ZDF, 2020 Traunlage ist das Wintersportgebiet im Harz. Der neben dem Ort liegende Wurmberg kann mit einer Seilbahn befahren werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Berg- und Universitätsstadt Klausthal-Zellerfeld glänzt mit prächtigen Gebäuden. Insbesondere die Marktkirche ist erwähnenswert. Sie ist die größte erhaltene Holzkirche in Europa. Und neben dem My左 Untertitelung des ZDF, 2020 Und drauf Musik Die kleine, aber feine Altstadt von Nordhausen wurde neu saniert. Hier gibt es viele Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel den Dom oder die Blasikirche. Musik 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 Damit endet unser kleiner Ausflug zu interessanten Orten im Harz. Wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie mir bitte ein Gefällt mir oder abonnieren Sie meinen Kanal. Sie finden hier viele weitere Dokus von interessanten Städten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Musik